Der größte Teil der Arbeit ist erledigt, das Schwerste ist getan. Wir haben unseren Podcast geschnitten, wir haben ein paar Audioeffekte draufgelegt. Durchatmen. Aber Moment, wir müssen den Podcast ja auch noch irgendwie aus Hindenburg rausbekommen. Wir müssen ihn exportieren, wir müssen ihn vielleicht sogar hochladen. Wie mache ich das? Das geht auch alles in Hindenburg und wie, das zeige ich euch heute beim dritten Video und letzten Video meiner Tutorial-Reihe zum Thema Podcasten in Hindenburg, der Audioschnittsoftware. Die ich jetzt seit einigen Jahren verwende. Mein Name ist Lukas Görlach, ich bin Radiojournalist und Podcaster. Wir verwenden heute wieder die Version Hindenburg Journalist, die reicht vollkommen aus, aber natürlich Hindenburg Journalist Pro geht natürlich auch. Herzlich willkommen. Dann lasst uns gleich mal anfangen. Als erstes zeige ich euch jetzt, wie ihr euer geschnittenes Projekt noch ein bisschen besser klingen lasst. Also wie ihr am Ende noch so ein paar Effekte drüber legt, damit die Lautstärken ein bisschen ausgeglichener sind und dann am Ende nochmal so ein kleines, ja so ein Limiter drüber legt, dass ihr eine einheitliche Lautstärke habt. Wir wollen nicht zu viel machen, weil meistens kommt dann am Ende, macht euer Podcast-Hoster, wenn ihr einen guten habt, macht dann nochmal ein bisschen was drüber. Gut, das machen wir als erstes. Als zweites wollen wir uns dann anschauen, wie ihr euren Podcast hochgeladen bekommt. Und natürlich steigen wir ein, indem wir direkt erstmal das Projekt öffnen. Dazu machen wir unseren Projektordner auf, wie ihr den anlegt. Das wisst ihr ja schon mit den drei Unterordnern. Unser Schnittprojekt ist natürlich im Ordner Schnitt. Und heute befüllen wir diesen Ordner, den Exportordner, in dem unsere finale Datei dann gespeichert wird. Wir öffnen also unser Projekt mit einem Doppelklick auf die Projektdatei. Dort sehen wir jetzt all unsere Spuren. Wir haben schön geschnitten, das habe ich im vergangenen Video gezeigt. Wir haben auch ein Gate draufgelegt. Ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden, um die Stellen, wo niemand spricht, etwas leiser zu machen, damit man keinen gegenseitigen Besprechungseffekt drauf hat. Es hat in dem Fall gut funktioniert. Ich musste nicht manuell pegeln. Und wir haben hier unseren Jingle. Wir hören nochmal kurz rein. Genau, unseren Jingle. Und hier nochmal ein bisschen Musik, die ich jetzt aus Urheberrechtsgründen nicht anspielen kann. Im Podcast aber auch verwenden kann, weil ich eine GEMA-Lizenz habe. Und dazu kann ich ja auch nochmal irgendwann ein Video machen. So, gut. Was machen wir jetzt? Wir haben zwei Aufnahmen. Die sind schon relativ gut ausgesteuert. Wir haben hier den Martin ungefähr. Wir sind wieder beim Filmmagazin. Filmmagazin.audio. Einem Podcast, den ich mit Martin zusammen mache. Martin ist hier, worauf jetzt Lukas gleich dann auch einkommen wird, dann etwas stärker verfolgt. Ungefähr bei maximal minus zwölf. Und ich bin undifferenziert wahrgenommen, also sehr genossen einfach und geschaut. Und auch ungefähr in dem selben Levelbereich. Das habe ich natürlich bei der Aufnahme gleich so ausgepegelt. Beziehungsweise schon bevor ich angefangen habe zu schneiden, habe ich die beiden Spuren schon mal so grob ein kleines bisschen angepasst. Und auch hier unten sind wir ungefähr bei maximal minus neun. Und hier natürlich ein Stückchen tiefer, weil wir sind, du bist Martin, wir das übersprechen. Und ihr werdet es gleich sehen. Wir haben gleich noch die Möglichkeit, ein bisschen nachzusteuern, wenn das hier zu leise ist. Und zwar ohne, dass wir nochmal hier ran müssen an die Spur und pegeln. So. Was mache ich als erstes? Ich mache als erstes die separaten Sprachspuren, weil das, finde ich, ist immer das Wichtigste im Podcast. Ich gleiche also die Sprachspuren an. Passt. Wir machen jetzt nicht mehr, dass es ein Oberthema gibt. Viel zu tun ist nicht. Ich werde euch jetzt zwei Wege zeigen, um das zu machen. Als allererstes zeige ich euch den Weg mit den Onboard-Mitteln von Hindenburg, die zugegebenermaßen nicht ganz so umfangreich sind. Und dann zeige ich euch, wie ihr das mit meinen beliebten Fab-Filtern macht, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Die kosten zwar ein paar Euro, aber das ist wirklich alles, was ihr für einen Podcast braucht, um eure Nachbearbeitung zu machen. Gut. Starten wir mit den Onboard-Mitteln. Ich lege mit Martin los, suche mir so eine Stelle, in der er alleine spricht. Und drücke auch auf Solo, was die Spur angeht, um die anderen Spuren gemutet zu haben. Wie man es vielleicht von anderen Filmpodcasts hört. Weil wir kümmern uns jetzt erst mal um ihn. Machen hier das auf. Bei euch ist jetzt wahrscheinlich nichts hier drin, wenn ihr das macht. Weil, wie gesagt, das Gate habe ich schon rangemacht. Das kürzt hier einfach nur die Stellen, in denen Martin nicht spricht, so ein bisschen raus. Aber hier sollte es im Idealfall keine Wirkung haben auf sein Gesprochenes. Womit starte ich als erstes? Ich klicke hier in dieses leere Feld und suche mir als erstes. Ihr seht hier, das sind die Effekte, die vorinstalliert sind bei Hindenburg. Und das ist alles, was ich bei mir auf dem Computer habe. Wenn ihr einen Apple-Computer habt, habt ihr die Auswahl auch hier zwischen diesen ganzen Audio-Unit-Effekten, die gut klingen. Also, wenn ihr euch ein bisschen durchfitzelt, ich kann dann mal kurz noch einen zeigen, dann habt ihr mit einem Apple-Computer auf jeden Fall hier einen Vorteil gegenüber einem Windows-Rechner. Hier sind, wie gesagt, die gekauften, einmal Fettfilter, Isotope und Universal Audio, die ich noch installiert habe. Aber wir kümmern uns jetzt erst mal hier rum. Wir kümmern uns jetzt um diese beiden Effekte, Equalizer und Kompressor. Das hat einen einfachen Grund, denn bei der Hindenburg-Journalist-Version, nicht bei der Hindenburg-Pro-Version, gibt es nur die beiden, soweit ich weiß. Und diese Lärmreduzierung und so weiter, die nutze ich sowieso nie. Also, wir starten erst mal auf einer Spur mit einem Equalizer. Der sieht so aus, das ist ein parametrischer Equalizer. Das heißt, ihr seht hier, was eure Frequenzen sozusagen tun. Er zeigt euch leider nicht an, wie genau. Ihr seht aber, hier ist erst mal ein Knick unterhalb der 150, 160 Hertz. Das heißt, hier ist ein Low-Cut drin. Der schneidet sozusagen die ganz tiefen Frequenzen. Das sind meistens die, die so rumpeln. Ich hoffe, ich mache hier natürlich auch einen Low-Cut drauf, deswegen hört man es jetzt schlecht. Aber das sind meistens so die niedrigen Frequenzen, die da rauskommen. Auch diese hier. Die sind oft so tief, dass ein Low-Cut die entfernen kann. Der ist voreingestellt. In dem Fall, ich finde den ein bisschen zu hoch angesetzt. Für Martins und meine Stimmen, wir haben so hohe Stimmchen, ist das gar kein Problem. Aber wenn ihr jemanden habt oder wenn ihr jemand seid, der oder die eine viel tiefere Stimme hat, dann kann es sein unter Umständen, dass ihr da viel von eurer Stimme wegnehmt. Deswegen setze ich den eigentlich immer lieber an. Gehe hier auf Tief. Hier könnt ihr schon mal die Höhe einstellen. Wo genau, also wo dieser Punkt sozusagen ist. Und wenn ihr hier reingreift, dann könnt ihr auch noch bestimmen, an welchem Punkt dieser Hohe angreifen soll. Seht ihr das? Der Low-Cut ist sozusagen, den könnt ihr auch rausnehmen. Der ist so standardmäßig drin. Aber ihr könnt den auch, seht ihr das so ein bisschen, ihr müsst einfach ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt den so ein bisschen ausgleichen. Das geht nicht so ganz so gut. Wenn ihr sozusagen die Erhöhung, die ihr hier macht, ein bisschen nach drüben schiebt. Das wird natürlich ganz komisch. Ich kann euch ja mal zeigen, was das macht, um mal ungefähr ein Gefühl dafür zu kriegen. Ich mache jetzt einfach mal hier so das Maximum, was geht und ziehe das mal so. Ja, so hier machen wir mal. Und dann wird, ihr werdet hören, der Martin wird ganz anders klingen. Etwas abseits, wie man... Viel dumpfer und ich mache das jetzt mal während ich abspiele. Wie man es vielleicht von anderen Filmpodcasts hört und kennt. Aber trotzdem ein kleines bisschen angepasst. Wir machen jetzt nicht mehr, dass es ein Oberthema gibt sozusagen, sondern es bringt immer... Tiefe Frequenzen, mittlere Frequenzen, höhere Frequenzen ist klar. Passiert natürlich mit den Hohen dann genauso. Und kennt, aber trotzdem ein kleines bisschen angepasst. Wir machen jetzt nicht mehr, dass es ein Oberthema gibt sozusagen, sondern es bringt immer jeder in jeder Woche eine Geschichte mit. Ich glaube, der Sinn ist klar. Ich mache mal den Ecolizer wieder raus und wieder einen neuen rein. So haben wir einen schönen Clean. Lowcut könnt ihr gerne drin lassen. Also der passt hier, glaube ich, auch ganz gut. Wie man es vielleicht von anderen Filmpodcasts hört und kennt. Aber trotzdem ein kleines... Das passt. Also mit Martin kann man diesen Lowcut hier anwenden. Das finde ich in Ordnung. Was ich dann immer noch ganz gerne mache bei diesem Mikro... Ich mache nicht zu viel im Ecolizer, einfach weil ich finde es... Ich weiß nicht. Ich bin einfach nicht so ein Riesenfan davon, da so viel zu rumzumachen. Was ich allerdings bei diesem Mikrofon... Ich habe hier solche Headsets verwendet, so Biodynamic-Headsets. Die sind relativ schwach in den hohen Mitten oder in den höheren Frequenzen. Also die klingen dann immer schon von sich aus ein kleines bisschen... Abseits wie... Ich sage mal, nicht so ganz klar. Das heißt, was ich gerne mache ist, und das betrifft jetzt hier vor allem die Mitten. Ich nehme mir eine Mitte und ziehe die ungefähr bei 2.500 Kilohertz ungefähr. So eine schöne Frequenz für die Stimme. Und gebe da immer so 3 bis 6 Dezibel mehr dazu. So wie es gut klingt. Und dann wird es gleich viel klarer. Ich zeige euch das mal. Ich mache das mal, während ich abspiele. Alles bleibt alles so, wie wir unsere Geschichten erzählen. Etwas abseits, wie man es vielleicht von anderen Filmpodcasts hört und kennt. Aber trotzdem ein kleines bisschen angepasst. Wir machen jetzt nicht mehr, dass es ein Oberthema gibt sozusagen, sondern es bringt viel... Ich finde, es klingt gleich viel detaillierter, bis es ein bisschen klarer, indem man die hohen Frequenzen boostet. Und ich mache auch gerne bei den ganz hohen, ziehe ich auch gerne noch ein kleines bisschen hoch. Nicht ganz so viel, vielleicht alles schon ein bisschen zu viel, aber... Etwas, wie man es vielleicht von anderen Filmpodcasts hört und kennt. Aber trotzdem ein kleines bisschen angepasst. Ich finde das schon ganz gut. Ich mache jetzt mal den Vergleich. Ich aktiviere und deaktiviere mal während des Spielens und dann hört ihr auch, was passiert. Aber trotzdem ein kleines bisschen angepasst. Wir machen jetzt nicht mehr, dass es ein Oberthema gibt sozusagen, sondern es bringt immer jeder in jeder Woche eine Geschichte mit, die der andere dem anderen erzählt. Ja, ich finde es schöner. Es klingt gleich viel klarer. Dann widmen wir uns dem Nächsten. Danach kommt ein Kompressor. Und der ist denkbar einfach in Hindenburg. Es gibt nämlich nur einen Regler, an dem man drehen muss. Und eine Anzeige, die einem ungefähr anzeigt, wie sehr der Kompressor reinhaut. Und wir unsere Geschichten erzählen etwas abseits. Im Moment, im Moment gar nicht. Aber wenn ich die Kompressionsrate oder was auch immer das ist, wenn ich die Kompression erhöhe, also es ist nicht sehr detailliert beschrieben. Wenn ich die Kompression erhöhe, dann schlägt diese Nadel aus. Ich zeige es euch mal. Wie man es vielleicht von anderen Filmpodcasts hört und kennt, aber trotzdem ein kleines bisschen angepasst. Wir machen jetzt nicht mehr, dass es ein Oberthema gibt sozusagen, sondern es bringt immer jeder in jeder Woche eine Geschichte mit. So, und ich spiele es euch jetzt nochmal ab, indem ich es wieder wegnehme und dazunehme. Und vielleicht hört ihr dann auch schon, was tatsächlich der Unterschied ist bei dem. Alles bleibt alles so, wie wir unsere Geschichten erzählen. Etwas abseits, wie man es vielleicht von anderen Filmpodcasts hört und kennt, aber trotzdem ein kleines bisschen angepasst. Wir machen jetzt nicht mehr, dass es ein Oberthema gibt sozusagen. Man hört es, er wird wesentlich, wie soll ich sagen, die Stimme wird wesentlich dicker. Was ein Kompressor macht, er nimmt sozusagen die ganz hohen Ausschläge und die ganz tiefen und quetscht die zusammen. So kann man es sich eigentlich am besten beschreiben. Er quetscht oben und unten zusammen und dickt dadurch die Spur etwas an. Also die lauten und die leisen Töne quetscht er zusammen und macht die Stimme reicher. Man kann es auch übertreiben, das zeige ich euch auch mal. Geschichten erzählen, etwas abseits, wie man es vielleicht von anderen Filmpodcasts hört und kennt, aber trotzdem ein kleines bisschen angepasst. Wir machen jetzt nicht mehr, dass es ein Oberthema gibt sozusagen. Das finde ich, das manscht schon wieder irgendwie zusammen. Passt, wir machen jetzt nicht mehr, dass es ein Oberthema gibt. Und wo ich es ganz besonders extrem finde, ist, wenn man den Atmer hört. Der Atmer ist natürlich was, was eigentlich sehr leise ist, aber mit dem Kompressor zieht er natürlich auch die Leisen nach oben und es passiert folgendes. Es wird alles ungefähr gleich laut und das ist nicht das, was wir wollen. Ich kann euch das später bei dem anderen Kompressor nochmal ein bisschen deutlicher zeigen. Er kriegt hier nicht so viel hin. Ich finde es immer ganz gut und das ist so mein Richtwert. Was man in anderen Filmpodcasts hört und kennt, aber trotzdem ein kleines bisschen angepasst. Wir machen jetzt... Wenn der maximale Ausschlag der Kompression bei sechs ist, ungefähr. ... in anderen Filmpodcasts hört und kennt, aber trotzdem ein kleines bisschen angepasst. Wir machen jetzt nicht mehr, dass es ein Oberthema gibt sozusagen, sondern es bringt immer jeder, in jeder Woche eine Geschichte mit. Was mir wirklich auffällt, ist, er klingt, dieser Kompressor klingt bei weitem nicht so gut wie der von Fabfilter. Das werdet ihr hoffentlich auch gleich hören. Und es wird euch wahrscheinlich davon überzeugen, euch den zuzulegen. Was ich euch kurz noch zeigen wollte, das macht ihr natürlich jetzt analog zu der Spur, weil wenn wir das jetzt vergleichen... Unabhängig jetzt von einem großen Oberthema und wir versuchen uns auch ein bisschen an... Wir müssen natürlich wieder hier das Solo rausnehmen. ...aktuelleren Themen vielleicht zu orientieren. Aber das... ...gesellschaftliche Zusammenhänge, ein bisschen an aktuelleren Themen vielleicht zu orientieren. ...in Filmen. Wirkt Martin natürlich jetzt viel lauter, weil, wie gesagt, es ist auch viel kompressierter und zusammengestauchter. Er wirkt jetzt viel präsenter als ich. Das darf natürlich nicht passieren. Ihr müsst immer dafür sorgen, dass eure GesprächspartnerInnen eine gut gleichbleibende Lautstärke haben. Zumindest in so einem Interview-Podcast natürlich weiterhin und jetzt auch wieder... Das heißt, ich würde jetzt theoretisch durchgehen und das Gleiche analog dazu, natürlich noch ein bisschen auf die Stimme angepasst, mit meiner Spur machen. Und ich will das nutzen, um euch gleich mal auf meiner Spur die anderen... Ich solo die wieder, die anderen Equalizer und Defekte zu zeigen. Erstmal zeige ich euch ganz kurz, das ist jetzt eine halbe Minute Apple-only. Ihr habt natürlich auch bei diesen Apple-eigenen Equalizern einen Equalizer, mehrere sogar, ein Band und einen parametrischen. Ich finde den parametrischen immer ganz gut. Und ihr könnt allerdings... Ihr könnt damit... Ihr seht, das ist ungefähr das Gleiche. Ihr habt nur wirklich ein Problem damit, das einzustellen ordentlich, weil das nicht angepasst ist auf alle Programme. Es funktioniert tatsächlich nur bei... Nicht bei allen Anwendungen gleich. Das ist ein bisschen schade. Es gibt auch noch ein Bandbändchen, ein Bändchen-Equalizer, wo ihr das noch ein bisschen genauer einstellen könnt. Das ist alles nicht so schön, leider. Aber die klingen besser. Ich zeige euch das jetzt nicht. Ich arbeite mit denen auch sonst nicht. Es gibt da auch einen Multiband-Kompressor mit drin. Da könnt ihr euch nochmal genau belesen, wie das funktioniert alles. Ich wollte euch aber gerne die FAP-Filter zeigen. Und da starte ich eigentlich wieder genauso. Ich starte mit einem Equalizer. Er heißt Pro-Q in dem Fall. Pro-Q 2, beziehungsweise gibt es jetzt schon den Pro-Q 3. Und er sieht erstmal ähnlich aus. Wir haben wieder unsere Frequenzskala. Wir haben hier unsere Dezibel-Anzeige. Also lauter und leiser. Und wir haben wieder ein Band hier. Der Vorteil an diesen schöneren, teureren Effekten ist... Noch der kurze Hinweis. Ihr findet uns natürlich weiterhin und jetzt auch wieder... Wir sehen hier unsere Frequenzen direkt im Live, wenn wir sie live abspielen. Das ist ein unglaublicher Vorteil, weil ihr dann direkt auch gleich seht, was wir tun. Also das ist jetzt sozusagen das, wie wir es aufgenommen haben. So sieht es aus. Das ist natürlich weiterhin und jetzt auch wieder verstärkt überall, wo wir uns bis jetzt auch... Und hier sieht man auch ganz gut, er ist wirklich ein bisschen schwach hier um die zweieinhalb Kilohertz. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns euren Freundinnen empfehlen. Und ihr seht auch, wir haben hier so ein paar, die hier rumdümpeln bei unter 50 Hertz. Ihr könnt aber auch bei Twitter folgen. Das hört man nicht unbedingt, aber es ist da. Das heißt, das ist jetzt ein typischer Fall für unseren Low-Cut. Den füge ich immer als erstes ein, indem ich doppelklicke auf die Spur. Und dann hat er gleich, wenn ihr unter 50 Hertz seid, fügt er gleich automatisch einen Low-Cut ein. Und den könnt ihr jetzt hin und her bewegen. Und ihr seht, das ist unsere neue, das sind unsere neuen Frequenzen, die wir nutzen. Und das sind die alten. Ihr habt direkt den Vergleich. Ihr könnt aber auch bei Twitter folgen. Bei Facebook ist jetzt nicht so viel los bei uns, aber wir haben einen Account Instagram. Ihr seht also direkt, was ihr macht. Ich mag immer ganz gerne wirklich, wenn der Low-Cut abschneidet. Ich packe den dann immer so bei mir, so bei 60 Hertz ungefähr hin, vielleicht 70. Sonst natürlich weiterhin, weil da passiert in meiner Stimme nicht mehr so viel und hackt dann aber auch wirklich hart rein, indem ich hier statt 12 Dezibel pro Oktave mache ich 96. Buff, ist ein harter Schnitt sozusagen. Der kurze Hinweis, ihr findet uns natürlich weiterhin. Und dann seht ihr. Hier ist auch wieder verstärkt überall, wo ihr uns bis jetzt auch gefunden habt. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wir nehmen hier ganz schön viel bei den unteren Frequenzen weg. Und das ist in Ordnung so, denn genau das wollten wir ja auch. Gut, was dann? Dann machen wir wie analog dazu. Wieder suchen wir uns die 2,5 Kilohertz ungefähr und machen da ein bisschen nach oben. Ist auch gleich ein breiterer Bogen hier. Durch weiterhin und jetzt auch wieder verstärkt überall, wo ihr uns bis jetzt auch gefunden habt. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns euren Freundinnen empfehlen. Ihr könnt aber auch bei Twitter folgen. Und hier auch. Und ihr seht auch direkt hier, was es für einen Effekt hat. Bei Facebook ist jetzt nicht so viel los bei uns. Und nochmal im Vergleich. Wir können uns natürlich weiterhin und jetzt auch wieder verstärkt überall, wo ihr uns bis jetzt auch gefunden habt. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Klingt gleich viel besser. Was ich eigentlich mache, das ist jetzt sozusagen der manuelle Weg, was ich eigentlich mache, ist, ich gehe hier auf dieses Default Setting. Da gibt es ein paar Voreinstellungen. Gehe auf Vocal, da mache ich mir die ganze Arbeit nicht. Ziehe das hoch, nehme den Low Cut, stelle den auch wieder auf minus 96, gehe auf meine 50, 60 Hertz. Und dann habe ich hier gleich zwei Punkte, die schon voreingestellt sind. Und dann gleiche ich die an. Jetzt auch wieder verstärkt überall, wo ihr uns bis jetzt auch gefunden habt. Dann brauche ich nicht die ganzen Punkte selbst machen und habe auch gleich diesen, der stärkt überall, der das hohe noch ein bisschen höher zieht, da so. Das haben wir getan. Kompressor. Der heißt FabFilter Pro C 2. Den machen wir auf und er sieht gleich ganz anders aus. Und auch der hat wieder eine Live-Vorschau. Und jetzt auch wieder verstärkt überall. Und das hier, dieser mittlere, ist sozusagen der Effekt, den unser Kompressor erzielt. Und das ist sozusagen das Einzige, was wir bei dem Vorhin einstellen konnten. Findet uns natürlich weiterhin und jetzt auch wieder verstärkt überall, wo ihr uns bis jetzt auch... Den Threshold, das ist das hier, konnten wir mit dem anderen einstellen. Und jetzt auch wieder verstärkt überall, wo ihr uns bis jetzt... Ihr hört, das ist jetzt überkomprimiert. Und das Schöne ist, man sieht hier wirklich auch, was passiert. Wenn ich den rausnehme, jetzt auch wieder verstärkt überall, wo ihr uns bis jetzt auch... Relativ dynamisches Audio, leicht komprimiert. Ihr könnt unseren Freundinnen empfehlen, ihr könnt aber... Das seht ihr auch an der roten Linie hier oben. Und wenn ich dann den Threshold, also wenn ich den verringere, seht ihr auch gleich, wie sehr es dann zusammengedrückt wird nach unten. Achtung. Verstärkt überall, wo ihr uns bis jetzt auch gefunden habt. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Die Ausschlagshöhe sozusagen wird wesentlich geringer, ne? Also es ist statt so, ist es dann so. Das bedeutet, wenn ich die Lautstärke dann anhebe, dann wirkt es natürlich viel lauter. Aber die Dynamik geht komplett verloren. Wir haben keine leisen und keine lauten Töne mehr. Gut, was ich hier mache, weil ich mich wirklich nicht so gut damit auskenne, mit Ratio, Attack, Release und so weiter. Ich gehe dann wirklich auf die Settings, gehe auf Vocals. Ich finde die Punchy Vocals ziemlich cool. Das ist eine Voreinstellung. Habe hier meine Punchy Vocals. Und dann passe ich... Und jetzt auch wieder verstärkt überall, wo ihr uns bis jetzt auch gefunden habt. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns euren Freundinnen empfehlen. So, dass es maximal ungefähr bei Minus 6 ist. Und ich finde, die klingen wirklich einfach gut. Wieder verstärkt überall, wo ihr uns bis jetzt auch gefunden habt. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Aber das wird trotzdem jetzt nichts Großes daran in die Kulissen schauen. Also keine Angst, wir bleiben. Man hört den Unterschied, oder? Sagt mir bitte, dass ihr den Unterschied hört. Aber das wird trotzdem jetzt nichts Großes daran ändern, dass wir gerne hinter die Kulissen schauen. Also keine Angst, wir bleiben. Ja, it's better. Mit der oberen Spur bin ich zufrieden. Bei der unteren mache ich dann natürlich das analog dazu nur für Martin immer. Und wenn das so ist, dann mache ich noch eine abschließende Sache. Ich gehe hier in meine Master-Spur. Wie ihr die anlegt, habe ich euch auch schon in den vergangenen Videos gezeigt. Gehe auch hier auf die Effekte und füge dann, das könnt ihr leider mit den Onboard-Mitteln nicht machen, aber wieder mit den FEP-Filtern. Ich füge noch einen finalen Filter hinzu, einen Limiter. Der ist im Prinzip, also im Prinzip ist ein Limiter wie ein Kompressor. Allerdings machen wir mit dem jetzt nur nach oben zu. Also so, dass nichts mehr übersteuert, dass es quasi einen maximalen Punkt gibt und über dem wird alles runtergedrückt. Einfach nur damit wir nicht so eklige Übersteuerungen drinnen haben sollten. Zusammenhänge in Filmen und so weiter. Und damit mache ich dann auch meine finale Aussteuerung. Also so, dass es laut genug ist. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, bei minus 9, minus 12, minus 9 ungefähr. Und ich mache es dann schon immer gerne ein bisschen lauter. Ich zeige es euch mal. Aber das wird trotzdem jetzt nichts groß daran ändern, dass wir gerne hinter die Kulissen schauen. Also keine Angst, wir bleiben, unser Fokus bleibt bei... Ihr seht, so ungefähr passt das bei uns beiden. Ich mache hier immer noch ein Preset rein. Save und Podcast und Broadcast. Voice-Overs, das sind so ein paar Voreinstellungen, die dann getroffen werden. Gehe hier beim Output, sage, meine maximale Obergrenze, so laut wie es maximal sein darf, ist minus 1. Wie das, was hier passiert, werdet ihr gleich sehen. Und dann spiele ich das ab und regle hier mit dem Gain nach. Also verstärke den Gain, mache es ein bisschen lauter, bis wir bei dieser Grenze ankommen. Das ist groß daran ändern, dass wir gerne hinter die Kulissen schauen. Also keine Angst, wir bleiben, unser Fokus bleibt bei gesellschaftlichen Zusammenhänge in Filmen. Und so weiter, also vielleicht hört man es am Ende gar nicht so sehr. Ihr seht, immer wenn der Limiter angreift, haben wir hier so eine rote Linie. Das bedeutet, da wäre jetzt ein Ausschlag gewesen, der höher ist als unsere minus 1, die wir haben wollen. Im Normalfall, wenn wir das einfach mit einem Lautstärkerädchen hochgedreht hätten, hätte das bedeutet, es klippt, also es kratzt. Es geht dann krrk irgendwie. Der Limiter holt das dann sozusagen runter und drückt das nach unten und komprimiert die ganz hohen Ausschläge nochmal ein Stück runter. Das heißt, es wird nochmal ein bisschen angeglichen. Und das ist jetzt alles nicht für Musik gedacht, was ich euch erzähle. Also da gibt es noch so viele Feineinstellungen, wenn es wirklich gut klingen soll, wenn man was Musikalisches macht, auf was man dann achten muss und welches Instrument wie und so weiter. Es geht hier in diesem Tutorial und auch bei dem, was ich euch gerade zeige und bei diesem Podcast, geht es um Verständlichkeit. Ich habe immer einen Kopf. Kennt ihr? Also ich habe eigentlich immer Noisecanceling-Kopfhörer, einfach weil ich sie nicht gern so laut habe und weil ich so ein paar Umgebungsgeräusche minimieren will. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr diese AirPods der ersten beziehungsweise der zweiten Generation kennt, die ohne Noisecanceling, die liegen relativ locker im Ohr oder auch jedes andere in ihr Kopfhörer und den stelle ich mir immer in der Straßenbahn vor. Und ich will, dass man meine Podcasts in dieser Hörsituation gut versteht und das ist mein Ziel. Wenn man hunderte Außengeräusche hat, wenn es ein bisschen laut ist, will ich trotzdem, dass alles erhalten bleibt und man nicht sagen muss, oh Mist, jetzt muss ich plötzlich hochdrehen, oh Mist, jetzt ist es wieder viel lauter, jetzt muss ich runterdrehen. Natürlich ist es dann nicht so, was soll ich denn sagen, nicht so arzi-fazi am Ende. Es ist dann alles ein, im schlimmsten Fall sagt man Brei, aber es ist ein gut verständlicher Brei. Das ist immer mein Ziel bei meinen Podcasts. Und deswegen... Gesellschaftliche Zusammenhänge in Filmen und so weiter. Also ist das so, wie ich es mache, ist mein Weg einfach. Müsst ihr nicht adaptieren, aber mein Ziel ist auf jeden Fall dieses. So, damit haben wir jetzt unseren Podcast fertig geschnitten. Wir haben es nochmal alles kontrolliert, blablabla. Und was ich euch jetzt noch zeige ist, nicht wie man jetzt noch Kapitel und so, ein paar Kapitelmarken hinzufügt und so weiter, das zeige ich euch in meinem anderen Video. Ich zeige euch jetzt nur noch, wie man es exportiert. Exportieren ist ein guter Punkt, um damit zu starten. Das machen wir jetzt auch. Das ist der erste Weg, es gibt aber zwei. Ihr könnt selbst entscheiden, welchen ihr wählt. Exportieren ist der einfachste. Ihr klickt auf Exportieren, gebt euren Folgennamen ein. Ah ja, okay. Sucht euren Ort. Ich will das jetzt mal hier in meinem Ordner. Habe ich das auf dem Schreibtisch? FMZ 101 Export Ordner. So, zack. Da will ich es drin haben. Dann hat Hindenburg hier unten verschiedene Formateinstellungen. MP3 Max habt ihr nicht. Das ist nämlich eine separate, die ich selber gemacht habe und ich zeige euch, wie das geht. Ich exportiere das immer als MP3. Ja, ich weiß, man kann es auch als Wave und dann verlustfrei exportieren. Das ist auch eigentlich zum Archivieren die bessere Option, weil ihr dann die höchste Audioqualität noch übrig habt. Allerdings lade ich das ja dann hoch und die Leute sollen das ja auch mobil hören. Und es ist nur für meine, das, was wir jetzt machen, ist sozusagen nur für die Sicherung. Das heißt, da reicht mir MP3 vollkommen aus, weil ich die Projekte sowieso, ähm, sowieso, wie soll ich sagen, archiviere. Und da habe ich ja sowieso immer in den Hindenburg-Projekten, das ist ja das Schöne, habe ich ja sowieso immer die rohen Audiodateien noch drin. Das heißt, selbst wenn ich irgendwann mal Hindenburg nicht mehr haben sollte, habe ich die rohen Audios noch. Das ist der Vorteil. Deswegen archiviere ich auch nur, um Speicherplatz zu sparen, das MP3-File. Aber nicht in mittlerer oder niedrigerer Qualität. Das seht ihr ja schon, 64 Kbps Mono. Vergesst es einfach, braucht ihr euch nicht anhören. Sondern in meiner MP3 Max. Wie mache ich das? Ich gehe hier auf Einstellungen. Gebe hier dann an. Hinzufügen. Muss einen Namen vergeben. Ich nenne es jetzt einfach mal MP3 Max. 2, um es zu zeigen. Mache natürlich Stereo, was jetzt für unsere Sprachaufnahmen nicht so wichtig ist, aber für die Musik. Gehe auf die höchste Bitrate, die es bei unserem MP3-Codec gibt. 320 Kbps. Sample Rate, 48 KHz. Muss ich das nochmal zurückstellen? Warum? Naja. 48 KHz. Also kontrolliert das am Ende nochmal. Keine Normalisierung. Kapitel lasse ich jetzt raus in dem Fall, weil wir haben jetzt gar keine Kapitel angelegt. Einstellungen speichern. Neuen Standard speichern würde ich dann klicken. Und dann legt es euch. Klickt auf OK. Und dann legt es euch sozusagen dieses MP3 Max auch an. Dann klicke ich auf sichern. Bub. Und schon geht es los. Jetzt würde das natürlich ewig dauern, einfach nur, weil ich hier das Screen Recording noch mit anhabe und den Rechner dann so ein kleines bisschen überfordern würde. Klicke jetzt auf Abbrechen. Jedenfalls landet die Datei dann hier in eurem, die fertige Datei dann in eurem Ordner. Ist natürlich dann ein bisschen größer als 2,6 MB. Und ihr könnt sie dann auch anhören. Ganz normal über euren MP3-Player. Die Datei würdet ihr dann hochladen. Dann würde ich es allerdings wirklich als Wave ausgeben, wenn ihr sie händisch hochladen wollt. Ihr ladet sie dann hoch in euren Podcast-Hoster oder auf eure Website. Dann könnt ihr natürlich die 320-Kilobit-Variante nehmen. Je nachdem, wie ihr sie verbreiten wollt und welche Anforderungen für euren Hoster gelten. Ich zeige euch jetzt noch schnell eine zweite Möglichkeit. Und zwar die Upload-Möglichkeit, die Hindenburg hat. Und die ist wirklich cool, weil die euch viel Arbeit abnimmt. Also weil die einfach ein paar Schritte zusammenfasst. Die findet ihr auch hier. Klickt auf Upload. Dann haben wir erstmal so ein Feld, mit dem man nicht viel anfangen kann. Zeigt nur sozusagen Podcast-Titel Dauer. Hier könnt ihr auch auf Bearbeiten gehen. Könnt ihr den Titel dann, weiß ich nicht, vergeben oder auch nicht. Ich mache das meistens nicht, weil man braucht es nicht unbedingt. Und haben hier so eine leere Tabelle. Aber ein Plus. Wir fügen jetzt erstmal mit einem Plus hier was hinzu. Da gibt es schon verschiedene Auswahloptionen. Ihr könnt das alles noch, ihr könnt das alles mal durchklicken, alles mal ausprobieren. Steht auch immer eine kleine Info da drunter. Je nachdem, welchen Hoster ihr habt. Wenn ihr euren Podcast bei Soundcloud hostet oder wie ich bei Podigy oder meinetwegen bei Buzzsprout oder bei Podcast Co. Oder bei, ja, was auch immer IONO FM ist. Bei diesen Anbietern kann Hindenburg nach einer Authentifizierung in den meisten Fällen den Podcast direkt hochladen. Oder eben auch, wenn ihr irgendwie ein, wo ist es, Datei-Upload, einen FTP-Server habt, auf dem ihr das storen wollt. Das könnt ihr auch selbst einstellen. Ich will als allererstes mal die Datei bei Podigy hochladen. Und nenne das hier dann natürlich auch Podigy. Klicke auf Weiter. Kann hier mir das Format, in dem ich es hochladen will, aussuchen. Mache ich Wave, Stereo, keine Normalisierung. Und dann sagt er mir, dass eine Autorisierung gebraucht wird, logischerweise, weil Podigy natürlich ein Bezahler-Account ist. Dann klicke ich einfach auf Run Authorization. Und dann muss ich mich hier, ich gucke es zulassen. Und dann muss ich hier einmal meine Daten ausfüllen mit meinem Fingerabdruck. Bup. Klicke auf Einloggen. Erlaube, dass diese Seite Hindenburg öffnen darf. Bup. Authentifizierung gewährt. Das war's. Klicke auf Weiter. Suche mir meinen Podcast. Ich habe drei Podcasts bei Podigy hinterlegt. Suche mir mein Filmmagazin aus. Klicke auf Fertig. Zack. Und habe hier erstmal mein Podigy-Preset angelegt. Was ich dann noch mache. Ich will ja die Datei trotzdem speichern. Ohne nochmal exportieren zu müssen. Klicke auf Plus. Klicke auf Mein Computer. Nenne das meinetwegen jetzt Archiv. Klicke auf Weiter. Ich will das Archiv wieder als MP3 speichern. MP3 Max. Keine Normalisierung. Drei Punkte. Suche mir dann meinen, in dem Fall meinen Schreibtisch-Ordner aus. Denn das sollte jetzt nicht euer Projekt-Ordner sein. Weil, Klicke auf Öffnen. Könnt ihr noch einen Fallnamen angeben. Klicke aber erstmal auf Fertig. Weil dann nennt es das einfach nach meinem Projekt. Ich habe hier den Schreibtisch ausgewählt. Weil mein Schreibtisch natürlich ein Ordner ist, der immer existiert. Und wenn ich diesen Ordner, meinen Projekt-Ordner, irgendwann mal gelöscht oder archiviert oder irgendwo hin verschoben habe. Dann findet er den natürlich nicht mehr. Dann muss ich das jedes Mal wieder neu machen. Beziehungsweise, ich will ja auch nicht, wenn ich dann den FMZ 102 oder 103 bearbeite, will ich natürlich das auch nicht in den Export-Ordner von FMZ 101 rein speichern. Deswegen suche ich mir hier immer einen Ordner, der immer da ist. Und das ist meistens der Schreibtisch. Gut, das habe ich gemacht. Wenn ich jetzt exportieren will, mache ich hier ein Häkchen, hier ein Häkchen und klicke auf Upload. Und schon fängt er an mit seinen vier Schritten. Jetzt kann ich mir einen Kaffee holen gehen oder die Wohnung putzen. Je nachdem, wie lang es dauert, wie schnell auch eure Leitung ist, um diese WAV-Datei hochzuladen. Schritt 1 ist Codieren. Schritt 2 ist Hochladen. Schritt 1 ist Codieren. Schritt 2 ist Schreiben. Macht er alles. Zack, zack. Fertig. Ich breche das natürlich jetzt ab. Und kann euch das trotzdem mal zeigen, denn ich habe das natürlich schon mal gemacht. Mit der Folge, denn die Folge ist schon was länger fertig. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht bei Podigy. Kurze, unbezahlte Werbeeinblendung. Podigy ist ein sehr guter Hoster. Kostet allerdings auch ein bisschen was. Habe hier die Folge hochgeladen und so sieht das dann aus. Natürlich nicht veröffentlicht. Das ist jetzt die 102, weil das hier ist die 101. Die habe ich natürlich schon am Sonntag fertig gemacht. Habe die hochgeladen und dann sieht es so aus. Liegt hier drin, erstmal ohne alles. Aber die Datei ist da. Ich brauche jetzt hier nur noch ausfüllen. Kapitelmarken, wenn wir welche hinzugefügt haben. Wie gesagt, da mache ich ein separates Video dazu. Zeige ich euch noch, hättet es dann auch gleich mit angelegt. Also es ist wirklich sehr praktisch, diese Upload-Funktion. Und die könnt ihr dann immer wieder verwenden. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Mehr gibt es nicht zu tun. Wir haben unseren Podcast abgemischt. Er hat eine ordentliche Lautstärke. Wir haben ihn hochgeladen. Ja, das war es, würde ich sagen. Das war es wie immer. Natürlich noch nicht ganz. Ich will euch noch bitten, weiterhin so fleißig natürlich zu kommentieren. Schreibt mir, was war gut, was war nicht so gut an dem Video. Was hat euch noch gefehlt vielleicht? Und ich würde euch ganz besonders bitten, da wir jetzt die Podcast, Tutorial, Videoreihe oder zumindest die Basics abgeschlossen haben, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr noch wissen wollt. Woran habt ihr noch Interesse? Was zum Thema Podcast, zum Thema Radio, zum Thema Hindenburg, zum Thema Aufnahme würdet ihr euch noch wünschen? Wo kann ich euch vielleicht mein Workflow mal erklären? Eine Sache plane ich schon. Das nächste Video wird wahrscheinlich eins sein, wo es um das richtige Aufzeichnen von Telefoninterviews geht. Da ist mir nämlich aufgefallen, da ist so ein bisschen was im Netz, was nicht ganz so gut klingt. Ich zeige euch, wie man es nicht machen sollte. Ich zeige euch natürlich auch, wie ich es mache oder beziehungsweise wie es dann auch gut klingt, Telefoninterviews. Aber ansonsten, ja, schreibt weiterhin fleißig in die Kommentare und sagt mir, was ihr sehen wollt. Und dann bemühe ich mich dazu, ein Tutorial zu machen. Bis bald.